Herzlich Willkommen zur achten Folge LS22 Gemeinderade hier bei TB-Produktionen zusammen mit der Katharina, der TB-Rostlaube. Moinsinn! Und mein Lieblingskandidat, Impfen! Nur was, wie geht's Ihnen? Na jetzt nicht mehr gut. Dacht nicht mehr. Juki, wollen Sie jetzt eine Geschichte erzählen, wie ich zu meinem eleganten Namen gekommen bin? Ja, nicht. Das würde ich aber auch gerne nur wissen. Ja. Es hat eigentlich mit seinem Hauptwagen zu tun, aber sein zweitwagen trifft es fast schon ein bisschen besser. Bist ein Arschloch. Ne, Luki. Das Problem ist, Luki, Luki, das Problem ist... Warte, 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 halte sein Haupt. Ich weiß, es ist schwierig. Ich hatte einen sehr schwierigen Halt, aber mein Name ist Luki. Nicht Arschloch. Das ist heute schon sehr zu verwechseln. Ich merke den Effekt. Luki. Ich will dir nichts sagen, ne? Aber weißt du, was belastend ist? Dein Gesicht. Ich glaube, der Golfer hat weniger Rost als er das hat. Was? Ich auch, Luki. Was? Das kam bei mir nicht ganz so an. Kannst du das nochmal sagen? Hast nichts verfasst. Ich glaube, dass sein Golfer hat weniger Rost als er ist. So, ja. Macht ja auch Sinn. Das eine ist auch ein schönes Qualitätsprodukt. Und das andere ist der Golfer. Das eine Auto ist... 32 Jahre alt. Der andere so 10. Und das andere ist ein Nissan. Ich merke schon, ihr seid alle ausländerfeindlich. Das ist immer so scheiße. Nur weil das kein deutsches Qualitätsprodukt ist. Die ausländerfeindlichen Menschen. Ja, das ist er. Mit solchen Leuten muss ich mich abgeben. Unglaublich. Normal, Diggi! Im Gegensatz von dir sind wir ja noch irgendwo normal. Ah, aber... Sie sind ganz schnell auf dem Boden. Ja, genau. Du, ich will nicht sagen, Philipp. Aber wer wollte hier von uns als erstes einen Golf kaufen? Du oder ich? Das war nur ein Gedanken. Hä? Ja. Wer hat ja ihn gekauft? Du oder ich? Ja, ich sehe das Problem. Das sind die finanzielle Dinge, die da rumdrehen. Aber der Golf, den ich jetzt besitze, gefällt mir besser als den Golf, den ich dir hätte andrehen wollen. Ja. Ich kenne die Rade schon sehr gut. Und ich kenne auch diese Wiese sehr gut. Ich verstehe immer noch nicht, warum mitten in dieser Wiese einfach ein Zaun durchgezogen ist. Ja. Dann war halt einfach mal Lust, einen Zaun zu ziehen. Hade noch was übrig vom Fels. Und dann dachte er sich, oh, ein Zaun fahr. Da kommt jetzt der Zaun fahr. Tja. Und jeder müsste sogar Bilder von dieser Wiese auf unserem Instagram bekommen können. Das ist gar nicht mal so unterschiedlich. Das sind ja nicht mit die bekanntesten Bilder, die es eigentlich bei uns gibt. Was sind die von der Wiese oder was? Ja. Die sind ja nicht an dieser Einfahrt... Aus Münzen? Ja. Die sind ja nicht an der Einfahrt hier vorne entstanden. Wo Luki, glaub ich, 50 Jahre lang Bilder gemacht hat. Von der gleichen Stelle. Pssst. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir übrigens jetzt gerade auf dieser Wiese mit einem Ladewagen silieren, gell. So als irgendwo. Gut, dass keiner was dagegen hat. Ja, was soll man denn dagegen haben? Wenn du sagst, den Bastard so, dann... Du bist am Scheine sammeln und ich bin hier am, äh, am Flashen. Ich bin ein bisschen Gras. Weil die haben... Stroh. Stroh. Ich weiß es nicht. So komisch die gelben Beine hat. Wir sind halt, äh... Na ja, ich will gelben. Schau... Philipp könnte sich nicht wie den kleinen grünen Schein dazu rügen, der nimmt die großen gelben. Ja, Luki, wir wissen, dass du nur die Lieder-Scheine nimmst. War schon verstanden. Keine Lieder-Scheine. Ja? Ja, ich mag die 50er-Scheine bei Monopoly einfach. Es tut mir leid. Ja, es gibt 10er-500er noch. Die Lieder-Scheine bei Monopoly sind 10.000. Die Lieder-Scheine bei Monopoly sind 10.000. Die 20er sind gelb, äh, sind blau, die 1000er sind grau, die, äh, grün sind die 2000er, Lieder sind die 10.000er, rot sind die 400er. So wie ich das kenn, sind die Lieder denn tatsächlich. Ja, 500er gibt's da, weil wir uns nicht. Der Luki hat halt so große und geringfälle. Ah, Luki, Luki, bei uns, bei uns sind's auch. Ich gucke gerade selber Internet, da ist, da warte das 1er grau, 5er ist dieses komische pink, dann ist 10er blau, 20er ist grün, 50er ist lila, 100er ist so ein, keine Ahnung, so ein bisschen, ja, so zwischen gelb und orange, also beige, und 500er ist auch blau. Euro? Also ist das Monopoly halt auf Euro-Basis oder auf Dollar-Basis? Oder halt so wie wir es zu Hause haben auf D-Mark-Basis? Ich hab keine Ahnung, wer hier im Basis ist. Dieses Monopoly von mir ist ja vor 5000, vor 5000 Jahren gebaut worden, oder ist das noch auf D-Mark? Ich kenne dieses, ja nur dieses klassische Monopoly, die sind grün, ne? Also... Scheißegal, die Zahl, die draufstehen, ist wichtig. Die Farbe ist doch nicht wahr, leider. Aber, aber, von den Scheinen her liegt bei dem... Also wir haben, von mir zu Hause gibt es natürlich beide, die mit D-Mark und die mit Euro, und von den Scheinen her gibt es eigentlich keinen Unterschied, das sind beides Dollarscheine. Also... Ich will nicht sagen, aber gut, dass du es auf Euro und D-Mark hast, und es beides Dollarscheine sind. Irgendwas hast du falsch gemacht. Ich weiß nicht. Aber, Philipp, du wolltest... Ach nee, Flo wollte von seinem Wochenende erzählen. Unser Bild ist so, dass man was hört. Sehr gut. Hast du einmal noch keinen Bock? Aber egal. Ähm... Das hast du nicht zu entscheiden. Ja, gibt's eigentlich nichts. Ich hab nur geschlafen, fertig, nein. Wow. Was heißt es? Als ich mich bei Lucky verabschiedet hab nach der Schule, da bin ich mit meiner Freundin zu mir nach Hause gefahren. Am Abend, irgendwie da ich meinen Ausbildungsvertrag schon anders verschrieben habe... Essen gekommen. Ich weiß. Ähm... Bin mal essen gegangen, meine Freundin ist dabei gewesen. Ich weiß. So. Dadurch ist aber... Was ist mit deiner Familie essen? Willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Ja, nicht so auswendig wie Lucky halt normal. So die wichtigen...